Ihr findet die übrigens bei uns im Register Community, denn da haben wir sozusagen einen Vorspeisenteller zusammengestellt mit vier Themen, die wir auf dem Radar haben, die wir als sehr, sehr spannend erachten, aber wer sind wir schon? Wir wollen uns auch da ein bisschen nach euch richten und die Themen nach vorne schieben, wo ihr sagt, oh, das da interessiert mich aber. Das seht ihr, die sind seit heute Morgen online und einige haben schon eifrig davon bisher Gebrauch gemacht. Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar über uns, genau genommen über das, was euch interessiert. Ein altes chinesisches Sprichwort sagt, mögest du in spannenden Zeiten leben. Das Ganze nennt sich auch der chinesische Fluch. Jetzt muss man sagen, jemanden interessante Zeiten zu wünschen, ist ja nicht unbedingt ihn zu verfluchen. Naja, spannend ist immer eine Frage der Auslegung. Aus dem Grunde haben wir euch vier spannende Themen zur Verfügung gestellt, wo ihr mal ausfällen könnt, sollt, könntet, was euch wirklich interessiert. Und wir haben auch schon eine Tendenz. Aber ich möchte euch mal die vier Themen vorstellen. Worüber würdet ihr gerne mehr wissen? Wozu sollen wir recherchieren? Nun, das erste Thema ist Verkauf von 7 vs. Wild. Wer sind die neuen Macher? Das hört sich erst so ein bisschen langweilig an. Es sind auch nur 16% von euch, die sagen, oh ja, das ist ein Thema, das interessiert uns. Dahinter verbirgt sich aber, ja, ich sag mal, ein Minenfeld. Denn die neuen Macher, und da muss man einfach wissen, diejenigen von euch, die das Konzept, die Idee kennen, ja, es geht jetzt in die dritte Season, die ist abgedreht, die wird jetzt irgendwann Oktober, November, dann, wenn der Preis bei YouTube wieder ein bisschen höher ist und man mehr Geld verdienen kann, wird es publiziert. Nicht nur bei YouTube im Übrigen, sondern bei Amazon Prime. Und das ist schon der erste Schritt. 7 vs. Wild ist verkauft worden. Das heißt, Fritz Meinecke ist der Geistige, die Hebamme. Er hat das Konzept auf die Straße, auf die Strecke gebracht und erfolgreich die ersten beiden Staffeln realisiert. Dann das Ganze verkauft an die Carly Vision. Die Carly Vision ist ein Konstrukt. Dahinter steckt ein Mensch, über den könnten wir nämlich reden, der so im Trächti wie zu Hause ist. Der hat schon mit Ndemol gearbeitet, der hat schon mit einigen anderen gearbeitet. Und da steht eben der Verdacht im Raum, dass das Ganze jetzt ein wenig mehr auf Krawall gebürstet ist, mehr Unterhaltungswert hat und nicht mehr ganz so dieses à la long, ich lass nur GoPro mitlaufen und dann schauen wir mal, was passiert, Muster ist. Und dann wiederum erscheint auf einmal der Skandal rund um Andreas Kieling in einem ganz anderen Licht. Denn dann könnte es die Auftaktveranstaltung gewesen sein zum Propaganda oder PR-Hallali. Der Skandal um Andreas Kieling, den 63-jährigen Schmutzfink, der hier einer jungen Dame an den Hintern gegriffen hat und das, was da draußen medial gemacht wurde, in einem ganz anderen Licht stehen. Denn nochmal, Leute, bevor ihr euch wieder die Finger wunderschreibt, nein, es geht mir nicht darum, diese Tat zu rechtfertigen, sondern es geht darum, warum diese Tat jetzt so medial gezündet wurde. Und wenn man weiß, dass hinter dem Ganzen jetzt ein Beherrscher und ein Macher vom Trash-TV steht, wo Skandale ein gängiges Mittel und Instrument sind, um Aufmerksamkeit zu generieren, könnte es sein, dass das Ganze so gewollt gewesen ist. Und genau darüber könnte man reden und man könnte sich mal die Macher dahinter genauer angucken. Unser erstes Thema. Bisher 60% von euch, zugegebenermaßen, das ist noch kein Spitzenwert. Der zweite Bereich ist mindestens genauso interessant und läuft unter dem Arbeitstitel New Journalism. Was ist das? Der neue Journalismus, der hat im Grunde genommen gar nichts mit hier, heute und jetzt zu tun, sondern stammt schon aus den 80ern und teilweise sogar früher. Da geht es darum, dass es um Befindlichkeiten geht. Normalerweise, so habe ich es gelernt, Journalismus hat sauber zu recherchieren, hat sich an Fakten zu halten und hat persönliche Meinung, wenn es nicht gekennzeichnet ist, hinten anzustellen. Und persönliche Meinung bedeutet, ich bin in einer Leitklasse in der Zeitung oder ich bin in einem Kommentar unterwegs und als solches ist dann mein Beitrag auch gekennzeichnet. Dann kann ich persönliche Sichtweisen und persönliche Befindlichkeiten mit einbringen. Beim New Journalism sieht das anders aus. Da verschmelzen Fakten mit Spekulation, teilweise sogar mit Fantasie und persönlichem Empfinden. Und wer sich jetzt von euch denkt, ja Moment, das kenne ich doch, diese Struktur ist doch, ja richtig. So sind sehr, sehr viele der Beiträge bei Funk, diesem Jugendkanal oder diesen Kanälen, das sind ja mittlerweile zig Kanäle, die von ARD und ZDF auf die Jugendlichen via YouTube losgelassen werden und von denen gesponsert werden über unsere Gebührengelder, die laufen alle unter New Journalism. Das bedeutet, hier ist Annahme, Mutmaßung und Spekulation, persönliches Empfinden und persönliches Werten Grundlage der Übermittlung von Informationen. Und wo da die Gefahr liegen kann, dass nämlich junge Menschen, die das sehen, glauben, was sie da hören, das hat dann schon etwas mit den alternativen Fakten von Donald Trump zu tun. Richtig, deswegen für uns ein spannendes Thema, das wir euch gerne näher bringen würden. Bisher 18% von euch. Also wie gesagt, wenn es euch interessiert, geht bei uns in die Community, macht euer Kreuz da, wo ihr mehr sehen und hören wollt. Und der dritte Punkt, und das ist im Moment der absolute Brenner, das interessiert euch, das brennt euch auf den Nägeln, das sind weit über die Hälfte, 54% von euch sagen bisher, wir wollen mehr über den Verfassungsschutz wissen. Ja, ein Amt, eine Behörde. Und damit glaubt man ja, dass die neutral sind, dass die nicht befangen sind, dass die frei agieren. Und ihr kennt das ja, der Verfassungsschutz ermittelt. Da stehen Menschen unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes. Diese oder jene Organisation wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Oder diese Person wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Dann glaubt man, das ist, ich sagte es schon, so wie beim Wetter, dass hier, ja, das ist halt so, über Nacht hat man die Befindlichkeiten, irgendwas ist da zu gucken und da muss man genauer hingucken. Und da gibt es einen Kriterienkatalog und dann wird jemand beobachtet. Ganz so ist es nicht. Der Verfassungsschutz oder das Amt für Verfassungsschutz ist weisungsgebunden und zwar ins Innenministerium. Das ist auf Länderebene so. Da untersteht es dem Landesinnenminister. Und der Bundesverfassungsschutz, und das ist da, wo dieser Mann hier, Thomas Haldenwang, Präsident ist, der ist zum Beispiel ein politischer Beamter. Was heißt das? Nun, er kann eingesetzt und abgesetzt werden, wenn er nicht auf Linie ist. Deswegen turnt er auch genauso durch Talkshows und singt das hohe Lied von Nancy Fazer, denn die ist seine obere Dienstherrin. Er muss springen, wenn sie Hobbs sagt. Denn ansonsten könnte es für ihn genauso problematisch werden, wie es vorher für Arne Schönwurm war. Mit einem Unterschied, Arne Schönwurm war kein politischer Beamter und das war mit ein Grund, warum er hinauskomplementiert gemobbt oder wie auch immer wurde. Das gilt es ja jetzt zu klären. Also wie gesagt, wir würden uns, wenn euch das interessiert, den Verfassungsschutz einmal ein bisschen genauer anschauen, nämlich Struktur, Aufbau, Aufgaben, Abgrenzung und ähnliches. Wenn euch das interessiert, macht das Kreuz beim Verfassungsschutz. Bleibt noch das bisherige rote Schlusslicht übrig. Statistik derzeit, was euch derzeit gar nicht interessiert oder mit 13% nicht so sehr interessiert, ist statistisches Bundesamt. Wieder so eine Behörde, wieder ein Amt. Ja und Statistik hört sich ja auch irgendwie so trocken an. Das geht um Zahlen und Interpretationen. Und was will man denn da reindeuten? Genau das ist die Frage. Was will man da reindeuten? Zahlen können amtlich frisiert werden. Was heißt das? Na ganz einfach. Jeder glaubt, wenn er Statistiken sieht, die das Bundesamt für Statistiken vorstellt, dass die Gott weiß wie valide sind. Ja und hier fängt es jetzt an. Seit Anfang dieses Jahres hat diese Behörde eine neue Chefin. Dr. Ruth Brandt steht dieser Behörde vor. Die Frau ist über manchen Zweifel erhaben, denn sie kommt vom Fach, anders als ihr Vorgänger, der im Ruf stand tatsächlich zu mobben. Oh, ein großes Wort. Und die Behörde eher ein wenig merkwürdig zu führen. Aber, und das ist das Entscheidende, alleine in den Interviews, die wir bisher zur Recherche, zur Vorrecherche, mal zur Sichtung genommen haben, tauchen dann Fragen auf. Wo kommen die Daten her? Wie werden sie erhoben? Und da geht es jetzt darum, und da nenne ich euch ein Beispiel, das haben einige von euch, die uns regelmäßig zusehen, schon gehört. Stellt euch vor, ich würde gegen diesen Mann hier ein Wettrennen machen. Jawohl, das ist er wieder. Justin Bolt, das ist der amtierende Weltrekordhalter über 100 Meter. Und es würde ein amtlich valides Rennen mit einer amtlich validen Zeit geben. Die Zeitmessung ist also tatsächlich so, wie sie ist. Da wird keiner dran drehen. Aber ich darf die Daten interpretieren. Und das ist das Spannende. Denn selbst wenn das Statistische Bundesamt die Zahlen liefert, geht es ja darum, wer hat die Interpretationshoheit, wer gibt die Pressemitteilung daraus. Deutungshoheit ist da ein ganz heißer Begriff, der dann wiederum die Schnittstelle zum Verfassungsschutz ist. Denn es ist ja eine Frage, wer sagt dann zum Beispiel, wer das Rennen zwischen mir und Bolt gewonnen hat. Und ist das überhaupt wichtig, wer das gewonnen hat? Oder könnte ich nicht folgende Schlagzeile formulieren? Internationales Wettrennen. Ernst Zweiter, Jussien Bolt Vorletzter. Wir basieren auf realen Zahlen. Es geht nur um die Deutungshoheit. Und das, was man daraus macht. Und wenn man zum Beispiel anders definiert, was sind jetzt welche Straftaten, wer gilt als deutsch, wer gilt als Migrant, und wie wird dann was addiert und wie geklastert, ihr merkt, hier ist Sprengkraft drin. Also auch dieses Thema ist interessanter, als es auf den ersten Augenblick aussieht. Und es hilft auch dabei, Statistiken generell lesen zu lernen. Wer hat wann, zu welchem Zweck, welche Zahlen erhoben und stellt sie wie zur Verfügung. Also das hilft auch allen, die sich mit faktenbasierten Texten auseinandersetzen. Selbst aus der Wissenschaft. Und wir leben ja nun mal in einer Zeit, ich sage nur, geht mal drei, vier Jahre zurück, wo es nur noch um Zahlen ging. Um Zahlen, um Zahlen, um Zahlen. Und ja, die Wissenschaft erhoben. Es geht auch darum, wer hat wann, welche Zahlen zu welchem Zweck erhoben und wer deutet sie wann wie. Also, ich will jetzt euch nicht einreden, aber das ist Thema Nummer vier. Schaut sie euch an, geht in die Community rein und macht ein Kreuz. Auch wenn ihr schon beim Ankreuzen und Anklicken seid, ihr seht, wir als relativ kleiner Sender sind relativ stolz drauf. Wir marschieren kerzengerade auf die 4000 Abos zu. Das ist für uns verdammt viel. Ich meine, andere feiern ihre 100.000 oder eine Million. Wir sind stolz, wenn wir jetzt in absehbarer Zeit in den nächsten Tagen die 4000 knacken. Wenn ihr uns dabei helfen wollt, gerne ein Kreuz abonnieren, die Glocke drücken und nichts mehr verpassen, denn es bleibt spannend. In diesem Sinne, ihr werdet von mir hören. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. In diesem Sinne, ciao von now, euer Chris. Das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann schau dir hier eine weitere Folge aus unserem Kanal an und vergesst nicht, hier unseren Kanal auch zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn du Spuren hinterlässt, denn damit hilfst du uns unglaublich zu wachsen und wir tragen weiter dazu bei, dass dieser Lebensraum Deutschland gestaltet und bewahrt bleibt, so wie wir uns das vorstellen. Denn wir lieben unser Zuhause. Habitat Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.